Ich bin Peter Prelinger, ich bin 16 und lerne jetzt Einkäufe bei Fronius. Ich habe eine Lehre gesucht im Büro. Ich wollte nichts Technisches machen, weil ich glaube, das liegt mir einfach nicht. Ich habe mich dann gekundigt und dann hat mein Bruder gesagt, dass ich eine Stellung bei Fronius hier wäre für einen Einkäufer. Ich habe mich beworben und es hat geklappt. Man sollte auf jeden Fall kontaktvollig sein. Man sollte keine Scheu vor dem Telefon haben und man sollte kaum Menschen interessiert sein. Das coolste in meiner Ausbildung sind auf jeden Fall meine Kameraden. Die werden mir immer helfen, wenn ich etwas brauche. Wir haben vor einer Woche ein Lernseminar gehabt. Da waren wir auf der Riesenleiter oben und die Teamarbeit, wenn du jetzt überhaupt da rauf bekommst und dass du zusammen viel mehr erreichen kannst, auf mir am schönsten bis jetzt. Fronius Spirit. Das ist auf jeden Fall alles im Team. Abzugteam. Das ist für mich Fronius Spirit.